So, schmalen, zugewachsenen Wege haben wir hinter uns. Hier laufen unsere Wollsocken und Winterpullover noch auf vier Beinen. Tja, sieht doch ganz passabel aus. Sind doch alle vier ganz entspannt. Der Pullover wird nicht kratzen oder jucken, denke ich mal. Bei solch ruhigem Verhalten. So, jetzt kommt hier deine Tierstraße. Komm her, Jo. Wir werden mal kurz zur Kapelle gehen. Mal sehen, ob sie offen ist. Ansonsten ist es hier ruhig und friedlich. Normalerweise müsste es auf sein. Aber bisher immer so. Wie ich es sage, das Gotteshaus ist geöffnet. Bilder habe ich hier schon mal von gemacht. Aber kein Video. Hier ist es sehr ruhig und andächtig. Wichtig. Tjo inspiziert. Die Gänge. So, einen Rundumblick haben wir gemacht. Machen wir auch wieder zu. Jo, komm her. Komm, wir gehen hier weiter. Hier. So. Schon wieder fast vier Minuten. Darum wird es wieder Zeit, Tschüss zu sagen. Alles Liebe. Bis dahin. Ciao. Ciao.